das ist eigentlich das hier so ein biesthorn naja und hier gehe ich dann später noch mal durch das ist jetzt sicher ich frage mich gerade ob die auger auf der ebene sind also auf demselben platz wie ich nein sieht nicht daraus jetzt sind sie es ich habe das ding aktiviert den stecke ich mal lieber ein und lasse darunter plumpsen hat sich das jetzt deaktiviert so geht bitte wieder hoch so so auf der einen seite wäre es lustig zu wissen wo die auger hingefallen sind auf der anderen seite würde ich gern da rüber kommen ich hasse diese viecher die sind so nervig nervig und wer hat sich da hinten eingeladen wer hat euch eingeladen oh das ist nicht so schön weil ich lange nicht gespeichert habe wer hat den da eingeladen okay ich vergesse das ganze du bist noch harmlos okay okay ich höre definitiv noch anderes wie zeug was mir das leben schwer machen will also wird das ein bisschen viel gehammere hier so rasten up auf 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 so nein so f5 für quicksave das ist schon mal nötig kaputt machen das ist jetzt nicht so schwierig und da würde ich sagen also einen fluchtweg hätten wir mal jetzt kommt noch einer von euch ja doch nicht aber wir können schon mal herausfinden dass ich hier hätte runterspringen müssen und nicht hier kürzen wir die sache mal kannst du dich hinten anstellen ich möchte eigentlich nämlich einen kokopletten so jetzt bin ich gegenüber von der säule das heißt ich bin hier wenn ich also da runterspringen lande ich hier also muss ich da runterspringen also ich habe keinen fehler verloren bingo eine kiste mit hessen der amnett ist könnte wichtig sein das erz ach nehmen wir den knochen auch mal mit und den knochen auch zahnradschlüssel ok wo bringt mich das hin wo bringt mich das hin äh 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 gnadenlos überladen mein operation transfer ancient dick side trifft sich gut high gift fee mir fällt gerade so auf ich habe doch noch einen brest key eigentlich dabei der wird jetzt nicht zufällig hier passen oder nein das ding passt das macht das auf und zu ok ich sortiere aus buch kann weg das kann mal weg das wasser gehört eigentlich ihr dafür können die beiden mal weg na gut eine flasche wasser kann auch mal weg knochen schmeiße ich mal in die ecke ausrüstung die uns absolut nichts bringt die spitzage kann auch mal weg spitzage kann auch mal weg so wo bringst du mich hin operations mine transfer to the volcanic region bin auf jeden fall jetzt von auf der anderen seite von ja wie war auf der anderen seite vom kristall von blauen agent stronghold das bringe fiat Hey, Moinion.